Hi meine lieben Turnfreunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video in meiner Turnwelt. Heute mache ich eine Abendroutine auf den Balken und zwar zeige ich euch Sachen, die ich abends immer auf den Balken mache. Dann würde ich auch mal sagen, los geht's! Als erstes laube ich immer ein paar Mal vorher zu drücken, das auf Zehenspitzen auf den Balken hin und her, damit ich ein bisschen sicherer werde und auch eine Zimmerspannung halte. Dann mache ich noch ein paar leichte Sachen zum Einspulen. Die blödes wir auf diesen Str bedroom da rein, aus den Balken, in der volunteer oder sonst etwas mehr verbunden. Dann mache ich noch ein paar Spagatspründe. Alsoabstelle ich dann mit Anlauf und Zässlo. Als nächstes mache ich ein paar Handschritten und auch ein paar Ratschläge, manche Ratschläge mache ich auch in Verbindung, also mache ich Ratschlag und danach direkt nochmal Ratschlag. Dann mache ich noch ein paar Drehungen. Dann mache ich noch Bogengänger. Dann mache ich noch meine aktuelle Q&P Übung. Dann mache ich noch ein paar Drehungen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Jetzt mache ich die Kür. Also wundert euch nicht, wenn ich zwischendurch nach vorne oder nach hinten gehe, dass die Handlasarbeiten zu kurz ist. Jetzt mache ich die Kür. 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 So, das war auch schon meine Balkenroutine. Ihr könnt gerne wieder unter dieses Video Wünsche schreiben für das nächste Wünsche-Video. Ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr jetzt endet, ist doch bitte mit einem Daumen nach oben. Dann würde ich auch mal sagen, bis zum nächsten Video und tschüss.